dieses wochenende steckst du voller lebensfreude und kannst jede menge spaß haben liebe liebe deine gefühle rück aus und tue dinge die dir freude bereitet so ein wenig solltest du aber darauf achten dass du nichts nicht über das ziel hinaus schießt ja weil dann kann also ja denn dann kann halt deine energie sich auch in aggression verwandeln das war's dann auch bis zum nächsten wochenende